Hallo zusammen, ja es ist wieder so weit, es ist ein neues Video von mir. Heute werde ich im Selbstversuch für euch eine neue Methode der Gesichtsaarentfernung ausprobieren. Ich habe also dieses Gerät schon ein paar Wochen hier liegen und habe mich noch nicht getraut das auszuprobieren. Ich habe es ein bisschen in der Hand getestet und es ist sehr sehr schmerzhaft. Ich habe euch gefragt, ich glaube auf Instagram, ob ihr Interesse daran habt und die Resonanz war total groß. Ihr wollt die Methode gerne sehen, denn es ist halt nicht chemisch, es ist kein Kaltwachs und es ist auch kein, kein, keine, ach Gott, wie sagt der Name, wäre ich ein Haarentfernungscreme. Den Haar, Dings, ne, diese Creme. Gott, wie heißt das denn jetzt noch? Enthaarungscreme, Enthaarungscreme. Also es ist keine Enthaarungscreme und kein Kaltwachsstreifen, also nichts, was irgendwie Allergien auslösen kann. Es ist auch kein Nassbasieren. Es ist ein Epiliergerät. Es ist von Braun und es ist ein Epiliergerät mit dem kleinsten Epilieraufsatz auf der Welt, aktuell, zur Zeit mindestens. Und alternativ gibt es auch noch einen Gesichtsbürstenaufsatz, also quasi so eine Gesichtsreinigungsbürste. Ich habe das schon ausgepackt, wie ihr seht, aber ich zeige euch schon mal den anderen Aufsatz, Ausanweisung. So, also das hier ist, so und dann kann man das hier so rein drücken, klick und so sieht das Gerät aus mit Deckel. Das kann man abmachen, den Deckel und dann ist das hier das, das klitzeklitzekleine Köpfchen hier, das ist das Epiliergerät. Das dreht sich in verschiedene Richtungen, weil natürlich die Haarwuchsrichtung hier anders ist als der Seite, ne. Da muss man ja switchen und dann kann man das hier irgendwie hinaus befördern. Ich weiß, bin ich gerade in Orvi, irgendwo muss man da drücken, schieben, irgendwas sagen, ich weiß es gerade nicht. Das habe ich mir jetzt irgendwie einfacher vorgestellt. Ich kriege das gerade nicht auseinandergeschraubt. Hier ist aber auch kein Knopf. Da muss ich mir vielleicht die Gebrauchsanweisung zu angucken. Ich habe es gerade noch rausgekriegt. Ah, man muss einfach ziehen, nicht drehen, ziehen. Okay, so und dann kann man den Ausgangs rein drücken. Irgendwie. So. Und dann, wenn man eine Bürste, die ist eigentlich total weich, fühlt sich echt ganz angenehm an. Und die dreht sich auch in verschiedene Richtungen, also links rum oder rechts rum, je nachdem. Damit könnt ihr dann wunderbar euer Gesicht reinigen. So, kommen wir aber zu dem Epiliergerät wieder zurück. Epilieren hat natürlich den großen Vorteil, genauso wie das Hinausreißen per Pinzette oder mit Kaltwachsstreifen, dass das ganze Haar rausgezogen wird. Das heißt, ihr habt viel länger Ruhe und das Haar wächst ganz weich nach und nicht stoppillig. Wenn ihr nämlich rasieren würdet, dann kommt das immer stoppilliger raus, weil ihr nur die feine Haarspitze abschneidet sozusagen und das dickere Haar dann noch quasi weiter wächst. So habt ihr eine sicherere Methode, dass es nicht so postig nachwächst. Außerdem hat die Epilieren oder Kaltwachsstreifen den Vorteil, dass immer weniger Haare nachkommen, denn immer wenn ihr was rausreißt, dann einige Haare wachsen halt einfach gar nicht mehr nach. Das ist natürlich gut. Übrigens ist es nicht so, dass die Haare dann dunkler oder dicker oder irgendwie anders nachwachsen. Ich habe jetzt schon so oft hier diese Schnurhaare entfernt und ich hatte wirklich bisher, oder seht ihr das, ich habe ja jetzt kein Schnauzbart. Also den Feuerbart habe ich noch nicht gekriegt dadurch. Also alles cool. Da braucht ihr keine Angst haben. Also wenn ihr da ein paar lästige Haare habt, ihr könnt euch das natürlich auch. Das hat meine Tante früher immer gemacht. Die hat sich Bleichmittel und Diermittel da drauf gegeben. Dann ist es einfach super hell gewesen und dann hat man es auch nicht gesehen. Hat sie gedacht, aber ich habe es gesehen. Naja, jedenfalls ich bin eher der Freund, das dann zu entfernen, als zu bleichen. Und was natürlich hiermit auch machbar ist, sind zum Beispiel andere fiese Stellen, die haarig sind, wie hier so oder in dem Bereich. Hier habe ich gerade so eine fiese, ich weiß nicht, eine trockene, fiese Stelle. Deswegen werde ich da gleich nicht dran gehen. Aber auf der anderen Seite. Also dieser Bereich hier zwischen Augenbraue und Haaransatz. Da sind doch auch immer so ein paar fiese, verirrte Haare. Und die braucht man dann nicht mit der Pinzette so einzeln wegzupfen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass das relativ praktisch ist. Einige haben auch hier, also alle Stellen, die ihr so habt, könnt ihr damit epilieren, außer unter der Augenbraue, dem Bereich. Weil es kann sein, dass aus Versehen sich Wimpern dann in den Epilierkopf verirren. Und wir wollen ja nicht unsere Wimpern entfernen. Das tut bestimmt sausch, mehr hat es auch weh. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur die hässlichen Haare. Also nicht hier, nur in dem Bereich könnt ihr alles entfernen, was ihr wollt. Ja, ich habe auch letztens ein Video gesehen von Miss Cheevis. Sie hat gesagt, dass sie ihr Gesicht vor ganz bestimmten, speziellen Events nass rasiert. Okay, ist auch eine Möglichkeit. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich das mal irgendwann. Okay, also ich habe hier schon vorbereitet einen kleinen Handspiegel, damit ich das sehe. Und ich werde mich jetzt überwinden, das zu tun. Ich will nicht, ehrlich. Ich will das nicht tun. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Dass ich mir jetzt echt fiese und böse wehtue. Ich schalte es jetzt ein. Übrigens soll der sehr leise sein. Extra, weil, das haben die gesagt bei der Präsentation, die haben den extra so leise gemacht, weil andere sind so laut und man will sich so ein lautes Gerät ja nicht ins Gesicht halten, weil das, ja, wenn es so laut ist, dann macht es Angst und dann macht man es nicht. Und deswegen, es soll so leise wie eine elektronische Zahnbürste sein. Okay, ich probiere mal aus. Okay, was tut das weh? Oh, Fluch. Oh, Mann. Okay. Also in der Zeit, wenn man sich überwunden hat, da habe ich schon zehnmal einen Kaltbackstreifen abgefunden. Hölle, ehrlich. Vielleicht stelle ich mich auch gerade echt nur ein bisschen mädchenmäßig an, aber mir tut echt weh. Oh, wie näher man zur Nase kommt, ist so, mehr zieht das. Also ich habe auch schon echt Tränen mit den Augen. Oh, mein Schminkel läuft schon. Aber man rückt echt die Haare weg. Es ist ganz weich. Ich mache mal das Ding aus. Oh, diese Stille. Ja, die Haare sind auf jeden Fall weg. Und es ist schön rot. So, ich würde sagen, das reicht auch. Jetzt sind hier natürlich so ein paar Haare in dem Köpfchen drin. Das kann man hier mit den mitbeiliegenden Würstchen einfach so ausmachen. Die Haare so weg. Da kommen tatsächlich doch einige, die fliegen jetzt hier so rum, feine blonde Härchen mit raus. So, also es hat doch ordentlich was entfernt. Ich glaube, bei der Produktpräsentation haben die auch gesagt, dass sie irgendwie zehnmal feinere Haare erwischen mit dem Epilierer als Wachs zum Beispiel oder so. Weil die Haare müssen beim Kaltwachs eine gewisse Länge haben, damit das Wachs packt das Haar und rausziehen kann. Aber beim Epilieren, also das Gerät, das schafft auch ganz feine, kleinere Haare, was natürlich gut ist. Ja, getestet mit sensibler Haut. Okay, dazu sage ich jetzt mal nichts. Batterien sind übrigens auch bei, falls ihr euch das sagt. Okay, dann werde ich jetzt hier noch diese Partie ausprobieren. An der Augenruhe. Mal gucken, ob ich das da auch hinkriege. Fühlt sich ein bisschen taub an die Stelle auch. Hm, ein bisschen komisch, wie wenn man beim Zahnarzt war und eine Spritze gekriegt hat. So, okay, so ein bisschen fühlt sich das an. Falsch. Ich habe echt Angst, dass ich mir die Haare auch im Wohr damit auch heute, weil es eigentlich so lacht. Irgendwie. Hä? Muss ich denn hier nicht halten, dass da was rauskommt? Ich versuche, meine Haare hier wegzukriegen, aber ich kriege es nicht gebacken. Okay. Hm. An der Löffel, ja, aber nicht. An der Löffel? Krass. Auch ganz weich. Aber weich, ja. Okay. Machen wir mal ein bisschen weiter, gucken wir mal. Oh, ja, so rum ist auf jeden Fall richtig. Ah, es gibt fiese, fiese Stellen und dann gibt es Stellen, da kriegt man das gar nicht mit. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich habe das lange Augenbrauenhaar rausgezogen. Oh Gott. Okay, also seid auf jeden Fall vorsichtig, sorgt sich die Augenbraue ab. So, mein Fazit ist auf jeden Fall, Oberlippe, aua. So, und Augenbraue, ähm, Vorsicht, weil da muss man echt aufpassen, sonst rupft es auch die Haare raus, die man eigentlich noch haben möchte. Okay, also Schmerzen, je nach Stelle, erträglich. Der Kostenpunkt, das ist eben die Frage, ne. Also, ich habe gerade im Internet so ein bisschen geguckt, das günstigste, was ich gesehen habe, ähm, für alles zusammen, also für dieses Set mit Epilierer und Gesichtsbürste, 46 Euro, zuzüglich Versand. Ähm, das ist okay. Also, ich finde, wenn man wirklich damit Probleme hat und allergisch ist gegen alles, was eben die Chemie hat, dann ist das wirklich eine Alternative. Es ist von der Lautstärke wirklich okay. Da kann man nicht meckern. Ich finde auch mit der Gesichtsbürste, das finde ich echt sehr praktisch. Also, jetzt kommt gerade meine Tochter noch ein. Der Schatten. Der kleine Schatten hier. Okay, jetzt kommt der kleine auch noch. Also, ich kann sagen, wer danach sucht, nach einer alternativen Methode, der kann das benutzen, sollte aber nicht zimperlich sein. Und macht das definitiv nicht morgens, bevor ihr ins Büro geht. Und auch nicht kurz, bevor ihr ein Date habt oder ein Vorstellungsgespräch oder irgendwas Wichtiges. Macht das abends, bevor ihr ins Bett geht, damit die Haut sich regenerieren kann. Weil diese Rötung, ich denke, damit werde ich jetzt noch ein bisschen rumlaufen. Und schminkt euch vorher ab. Auf jeden Fall. Macht das nicht so wie ich. Und ja, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen hilfreich für euch. Meine Meinung dazu. Und wir sehen uns im nächsten Video hier. Ihr dürft jetzt einfach mal winken. Und bis bald. Ich habe im Herbst, da fängt das sofort an, ich merke das sofort, sobald es ein bisschen kühler draußen wird, fangen meine Lippen an, total trocken zu werden. Und dafür habe ich mir jetzt diese super mega gehypte Labelle.